So Leute, Willkommen zurück zu Pokémon Floor Sky, yeah! Wir sind hier bei Plättepix vor dieser Höhle. Und das aus einem Grund, weil wir Taucher brauchen. Ich hatte noch ein paar Stunden in ganz Höhen hier rumgesucht, um Taucher zu finden. Dann habe ich im Internet geguckt und dann war es hier in dieser Höhle. Also wäre ich nie drauf gekommen. Also gehen wir mal suchen. Ah, Klappe Kampf. Keine Gegner, yeah! Ah, Blitz. Und ein paar Mal liegen. Level 27. Okay. Dive. So Leute, dann haben wir Dive. Ich hoffe ihr habt durch den Weg gemerkt, weil... das war's. Ich glaube hier war auch noch hier irgendwo ein... Ja, hier war ein Fossil. Ich war fehl, ich bräuchte das Eilrad. Naja, dann bleibt das Fossil da. Nur zur Erklärung, wenn ihr den Weg mit dem Eilrad folgt, kommt ihr zu einem Fossil. Ich glaube sie ist Schildfossil. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Hauptsache ist, wir haben jetzt Taucher und können weiter. Hier sieht man's auch. Das ist das Fossil. Ich weiß nicht, ob ich wieder zurückgehe, um mir dieses Fossil zu holen. Gibt's hier überhaupt einen Ausweg? Ja, wo muss ich hin? Ich hasse Höhlen. Ich hasse sie! Abgrund tief! Verlange. Escape group. Okay. So. Ähm. Ja. Ja, wir haben Taucher. Das heißt... Ölrappler. Können wir storen. Und... Wir bringen unserem Garados jetzt mal Taucher bei. Ich glaub ich mach Dragon Rage weg. So. Wir sollten auf Route H. Die war... Wo? Hoho. Route H war... Wo? Hier ist Route H. Und hier ist hier. Nein, das ist gut. Ich sag dir, ich sag dir. Ich sag dir, ich sag dir. Ich sag dir. Ich sag dir. Leben wird nicht zu gut haben hier geht das gar nicht, dann war das U glaube ich, ja U U wäre logischer, Leute, U wäre logischer hier regnet es ja auch yeah style da geht es nicht durch da geht es auch nicht durch das war richtig und cool die Perle hier geht es auch weiter ok ok Wallreiser ein gott So einfach geht das doch. Was soll ich von dem Freed bekommen? Okay. Das ist cool. Bekomme ein Torterra. Okay, da komme ich nicht raus. Unter Wasser und Rare Candy. Finde ich auch nice. Scheiße, ich bin da nur noch runter. Was ist das denn hier? Können wir hier hoch, hier und so? Ne. Ja, das sind wir wohl falsch. Das ist mir nur in Ruhe, scheiß Ding. Tacke noch runter. Willst du mich eigentlich verarschen? Nein. Hier ging es jetzt auch nicht weiter. Ah. Mann. Mann. Hier geht es weiter. Ah. Hier ist der Boot. Hold. Hey. Ich bin mit deinem Gesicht. Okay. Ah. Natürlich. Wir haben alles. Jetzt, wo ich keinen fucking Drachen Rage mehr habe. Alles wegen Games. Oh. Ja, komm. Nein. Nein. Verdammt. Ah. Okay. Ah, jetzt check ich es. Ah. Hey. Überlistet. Oh, da ist nichts. Ja. Oh. Wer soll denn das schaffen? Mhm. So. 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 Guten Tag! Weg mit dir! Wie war das? Jawoll! Ja, ich weiß, Vokano einzusetzen wird jetzt sehr schlaut sein von mir. Aber ich mag ihn! Egal was ihr sagt. Oh Leute. Kaum meint. Oh, oh, oh. So, es war's. Oh, das freut sich. After all. Behold. See how beautiful it is. Bloom of the treasure of the sea. I've waited so long for this day to come. It surprised me, how you've managed to chase me here. But that's all over now. For the realization of my dream, you must disappear now. Cool music. Na ja. I'm an expert. Ach, nö. Ach, Fokano. Ach, komm! Warum? Ach, nö. Ach, nö. Ach, nö. Mal, was ist das? Ich dachte schon. Ach, nö. Ach, nö. Was ist das denn? Ach, nö. Ach, das ist... Amoroso oder wie das hieß. was word why i can't be like maxi no no my beautiful dream there's something wrong i ought to have been got it but why why did the op disappear why he has it on me what don't get all high and mighty with me ok team aqua and team magma what happened here hmm you again you always present in the places i like this i want you when i er redet mit zu viel sorry i am late are you ok oh team upper were here to obtain the blue op it seems the op were hidden in the secret place and they can't find them team up might have tried many times to do a nonsense thank you murph you are not just a talk trainer but you also have a wonderful heart one more badge on you can visit the pokemon league i am count on you wow you surprised me murph hope to see you at the victory road we should leave here there right now see you later oh boah i am sorry english Ein Band fehlt mir noch, Leute. Ein verficktes Band. Dann sind wir endlich an der Pokémon-Liga. Okay. In dieser Folge haben wir mal erfolgreich Team Aqua abgewehrt. Und damit beendet ich auch diese Folge. War schön mit euch gegen das Verbrechen zu campen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein.